Ich bin gespannt, ich habe sie noch nie live gesehen, nur ihre Musik schon viel gehört und ich finde sie eine ganz tolle Musik, die sie hier macht. Hoi, Ayo, Sali. Hoi, Judith. Sag mal, wo bist du? Hamburg, Schweiz, Bern? Hamburg, genau. Hamburg, okay. Okay, und jetzt bist du in deiner Wohnung, nehme ich an, gell? Ja, genau. Okay. Ich war vorher noch in der Schweiz, gerade dann, als die Corona-Zeit losging. Ich habe mir dann tatsächlich kurz überlegt, ob ich in der Schweiz bleiben soll. Einfach, weil ich gewusst habe, wenn ich zurück nach Hamburg gehe, muss ich in die selbst Quarantäne. Weil dann schützt es schon als Risiko an und ist eingestuft worden und habe mich dann gleich dafür entschieden, nach Hamburg zu gehen. Also, was ist denn der Entscheid nach Hamburg? In der Schweiz wäre es wenigstens nicht vollkommen in Quarantäne gewesen. Und ich, gerade davon aus, dass eigentlich auch noch mehr Leute in der Schweiz wirst du kennen, was hätte dich dann nach Hamburg gezogen? Das stimmt, aber es ist halt gleich wie dort, wo man... Also, Hamburg ist gleich auch mein Zuhause mittlerweile. Ja, vor allem auch meine Wohnung, wo ich auch meine Instrumente habe. Und so nicht klar war, wie lange die Zeit geht. Also, ich hätte natürlich gut einfach bei Freunden die ganze Zeit gewohnen können und mit denen schöne Sachen machen. Aber es ist ja auch schön zu wissen, dass man einfach seine eigenen vier Wände hat, trotzdem in dieser Zeit. Und ich kann hier meine Instrumente haben, kann Musik machen. Bei Freunden ist es ja immer so, am Anfang ist es toll, wenn man die bei sich hat. Und irgendwann, für beide Seiten, ist es dann je nachdem, gerade wenn man auf so engem Raum ist. Also, das verstehe ich voll. Du hast ein Instrument bei dir, heisst das, du bist im Moment kreativ. Also, bist du eine von denen, die sagt, ich nutze diese Chance und bin kreativ am Musik machen, am neue Musik machen? Ja, also, mal mehr, mal weniger. Es kommt ein bisschen darauf an. Also, ich schiebe meistens die beste Lieder, wenn es mir schlecht geht. Und bis jetzt ist es mir zum Glück in dieser Zeit noch nicht mega schlecht irgendwie gegangen. Aber ich finde, es ist im Prinzip ja ein bisschen, als würde man irgendwie neunmal für zwei Wochen auf das Land fahren und sagen, ich schliesse mich jetzt ein und mache Musik. Also, ich finde es noch speziell, dass man weiter durch die Zeit jetzt irgendwie allein ist und sich, ja, wie auch eingeschlossen ist. Und da, wie jemand anruft und fragt, um etwas zu machen, du bist ja wie, ja, also, es ist ja wie, ja, also, es ist ja wie, du bist ja eh zu Hause in deinen eigenen vier Wänden und kannst dich mega gut echt gezwungenermassen abgrenzen. Du hast davon gehört, dass du Best Talent bist, wo du schon in der Quarantäne warst. Bist du dich da richtig informiert? Ja, genau, eine Woche Quarantäne und dann ist der Anruf gekommen. Und das hat mich wirklich mega aufgestellt auch, weil so nach einer Woche bin ich wirklich auch so gesehen, hey, ich kann fast nicht mehr eigentlich die ganze Zeit auch nur zu Hause sein irgendwie, nicht rausgehen. Und ja, das hat mich dann mega aufgestellt. Ich habe dann aber drei mega viel aufzugeben bekommen. Genau. Das hat mich auch gefällt, dass man gerade auch. Also, Best Talent Bands ist ja bei uns immer damit verbunden. Natürlich, wenigstens ein Live-Auftritt, auch noch im Studio, dann ein bisschen online und so. Ich habe es auch verlinkt in der Story, wenn ihr mehr wissen wollt, über dich, vor allem Musiklose, dann hört ihr Punkt.ch. Du kommst sehr häufig, speziell natürlich jetzt in diesem Monat. Wie ist es jetzt mit dem Live-Set? Hast du bei dir etwas aufgenommen oder ich bin jetzt gar nicht ganz informiert, wie das läuft? Also, wir haben uns solche Gedanken gemacht, wie wir das am besten machen und haben uns dazu entschlossen, dass wir, also wir haben es jetzt letzte Woche aufgenommen. Und in Hamburg ist aber ja noch dreck. Also, in der Schweiz darf man eigentlich fünf Leute, glaube ich, das Treppe. In Hamburg ist es aber nur, du darfst immer nur zu zweit unterwegs sein. Und wir sind eigentlich als Band immer zu dritt. Und dann haben wir uns halt überlegt, ob wir halt die Regler selber brechen, weil das ja in der Schweiz läuft. Aha, ja. Ich hatte die Schlagzeuger gleich ein bisschen Bedenken, habe ich gefunden, ja, aber was hat es jemand gesehen? Das ist halt nicht wie ich aufgenommen. Und darum haben wir das nachher jetzt zweit aufgenommen und einfach geguckt, halt, dass der Abstand gewahrt ist. Und ja, ich musste improvisieren, weil wir das jetzt so im Bandraum aufgenommen haben und nicht im Studio. Und dort nicht alles so schaudicht war, man hat irgendwie auch die Gleise von den Züge gehört. Und es war ein bisschen herausfordernd, weil wir das halt da selber als nachher aufgenommen haben mit Kamera. Aber gell, das gehört doch auch so ein bisschen die Zeit, dunkt es mir, oder? Es ist nichts, also es muss auch gar nicht perfekt sein im Moment. Es ist so spezielle Umstände. Wie ist denn das in Hamburg? Also wie wirst du kontrolliert? Also wenn du dritter unterwegs bist, wirst du spürst? Oder was ist das? Wie ist das bei euch? Also ich merke es vor allem, ich gehe jetzt recht viel Velo fahren. Also Velo fahren wird ein bisschen für mich entdeckt, weil ich zum Beispiel joggen ist eigentlich gar nicht nass. Ich kann das nicht mehr. Und wenn man hier so ein bisschen in der Elbe entlangfährt, also ich wohne auch fast in der Elbe, dann merkt man recht schnell, dass irgendwo immer Polizisten stehen und schauen, ob auch Autos kommen mit anderen Kennzeichen zum Beispiel. Weil es ist hier auch noch so, dass du nicht über die Landes-, also über die Kantonsgrenze in dem Sinn, darfst du wechseln und musst wie ein Kanton selber an, also das Land. Und ja, dort kontrollieren sie recht gross halt, wenn du hier vom Schleswig-Holstein oder so kommst, der bekommst, du bist gleich abgebüßt. Und das ist noch lustig, weil hier natürlich eben auch so Polizeichef rumfahren und dann zum Beispiel so vor dem Elbstrand warten und schauen, ob sich irgendwie grössere Menschenmasse irgendwie ansammeln. Aber ich habe niemandem gehört, wo irgendwie krass gestraft wäre worden oder so. Dann ist dein Kontakt zur Aussenwelt vor allem so wie jetzt mir oder FaceTime, Telefon und sonst bist du vor allem hauptsächlich in der Wohnung jetzt im Moment oder am Velofahren. Ja, vor allem. Also ich habe jetzt im Wochenende... Jetzt ist die Leitung gerade ein bisschen schlecht. Ich gehe davon aus, die IU wird das wieder herbringen. Ich habe gar nicht gefragt, ob sie 4G hat. Ah, jetzt bist du wieder da. Genau. Ja, jetzt würde ich wieder. Ja, genau. Ich habe jetzt im Wochenende zuerst mal zwei Freundinnen getroffen, also nicht gleichzeitig. Die haben sie am Samstag und die anderen am Sonntag. Und da sind wir aber auch so ein bisschen mit dem Velon einfach ausserhalb hergefahren. Weil hier trotzdem die Park-Saison alle überfüllt sind natürlich. Mhm, genau. Man muss dann immer schauen. Wie ist das, was hast du für Reaktionen bekommen von deinem Umfeld auf Best Talent? Also mega schön in der Schweiz. Mega cool, weil Freunde immer schreiben, dass sie jetzt auch vermehrt einfach in dieser Zeit am Radio hören lassen sind. Und es ist auch schon toll, dass so viel Schweizer Musik auch klappt. Und die haben dann so das Gefühl, dass sie dann auf jeden Fall hocken oder so, wenn sie irgendetwas hören und wieder plaudern. Ja, mega positiv. Also viele Leute wollen die schreiben, die sie eigentlich vorher noch nicht kennen. Und das ist auch immer schön. Das ist ja auch die Idee, dass junge Bands oder Musikerinnen und Musiker Leute vorstellen, wo man noch nicht so kennt. Wobei, man muss sagen, der Dabu und DJ Ars, die haben dich schon gekannt. Die sind schon mit dir auf Tour. Wie ist das Stand gekommen? Und wie ist das gewesen für dich auch? Ja, also der Stand gekommen ist so, dass wir letztes Jahr zusammen Viva Con Aqua Festival gespielt haben. Und ich habe dann ihren Auftritt gesehen und mega gefunden. Also weil ich sie vorher auch gar noch nie live gesehen und auch nicht so gut gekannt habe. Und einfach die Live-Energie, also richtig krasse Live-Bände einfach aus. Ja, das finde ich ja. Das fand ich super. Und ja, sie haben mich auf den Talkset, das habe ich aber gar nicht mitbekommen irgendwie dann. Und wir haben uns irgendwie ganz kurz im Backstage kennengelernt, aber es ist dann echt, also jetzt nie irgendwie Kontakt oder so. Und dann hat es mir der Dabu geschrieben, jetzt Anfang des Jahres, ob ich Lust habe, mit ihnen die Tour mitspielen. Und ich habe mich natürlich mega gefreut, weil ich fand, ja, also mega gerne. Es ist aber dann auch so gewesen, dass ich, weil die Konzerte ja immer am Wochenende stattfinden wollte, also die ganze Tour wäre ja über einen Monat gewesen. Und dass mir das nicht möglich war, den ganzen Monat zu machen, weil ich eben in Hamburg lebe, dass ich mir gesagt habe, ich will einfach mega gerne die halbe Tour mit, weil das auch so gut ist. Und das haben sie dann auch super gefunden. Wie ist das so, mit diesen Buben unterwegs zu sein? Also sie sind mega nett, ich kann überhaupt gar nichts sagen. Wir haben uns, ich würde sagen, sehr schnell und mega gut verstanden. Also sowohl der DJ Arts als auch der Dabu sind mega toll. Die sind ganz tolle. Ja, aber auch die ganzen Bands, also Schlagzeuger, Bassist, Unterleichtler, Doma, die alle sind mega, ja, es ist eine mega tolle Gruppe, ein Effekt, man kann recht. Ja, zu Dabu ist auch noch sehr viel neue Musik entdeckt und das finde ich immer so lässig, wenn auch Musik, bist du auch so jemand, der auch Musik, also neue, frische Musik überall so etwas zusammensucht und entdeckt? Ja, ich bin sehr gerne auf Soundcloud unterwegs, weil ich im Spotify-Algorithmus immer ein bisschen schwierig finde, weil dort eben doch relativ viel Sachen immer vorgeschlagen werden, die irgendwie auch von Mädchenlabels oder so kommen. Mir werden dir immer drei Fragezeichen Kids vorgeschlagen, kannst du dir vorstellen, warum? Oh Scheibe, aber die passt nie zu guter Musik, also ja, gut, anders Thema. Also das ist ein Algorithmus, jetzt endgültig ist eine Chance, ja? Total, keine Chance. Im besten Fall haben wir noch fünf Freunde, aber sonst kommt die irgendeine. Andere ist Soundcloud, ist das so ein bisschen etwas zu finden, zum Perlen finden für dich? Ja, also für mich zum Beispiel, macht das noch Sinn, oder ich schaue auf irgendwelchen Musik-Blogs, aber der kommt auch noch recht gerne, also finde ich es super spannend, was es so für neue Sachen geht. Eine Frage, die zu dir einkommen ist, ist unter anderem Wani, die sagt, sie heisst mit zweitem Namen Ayu und jetzt nimmt sie mega Wunder, wieso du, ob du eine Verbindung hast mit Ayu oder ob das einfach mit dem, ich glaube ein Fisch ist, das zu tun hat. Genau, also Ayu ist ein Wunderfisch in Südostasien und ich habe den Namen eigentlich bekommen, als ich zuerst im Reisen war, in einem Surfcamp bei mir gewesen und dann hat mir die Sürflehre angefangen, Ayu zu sagen und dann hat das dort so ein bisschen alle adaptiert und dann habe ich dort Ayu heisst. Und das mit dem Wunderfisch habe ich aber erst später herausgefunden, weil Ayu ist zuerst auch ein recht verbreiteter Name. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, ob die mir einfach den Namen aufgedrückt haben, weil ich einfach so vielleicht so schlechte war im Surf und mich eher wie eine Fischfrau da habe, anstatt irgendwie da elegant überzubreiten. Ist das nicht so ein Talent von dir, zu surfen? Also ist das ein Anfängerkurs zu sein oder? Ja, also ich bin zwar dann auch schon bei den Fortgeschrittenungen gewesen, es hat mir sehr viel Spass gemacht, aber ich würde nicht behaupten, dass in Bali die Welle jetzt auch nicht so schwierig war. Also zum Anfang das Wasser ist sehr warm und es war schon auch höhere Welle, aber ich war sehr dankbar von mir. Ich habe es dann auch in Südafrika mal probiert und dort hat es überhaupt nicht mehr geschafft. Ich habe es dann in Kapstadt, ich gehe gerade kitesurfen, ich bin fast versorfen. Mit diesen riesigen Wellen haben sie gesagt, ja wir können auch in die Lagunen, aber jetzt jetzt einfach irgendwie High Fisch und so, oh okay. Ja, bei uns hat es auch noch diesen High Alarm sogar gehabt, eben zum Wasser müssen und das kennst du ja sonst nur aus dem Film. Ja. Ist das irgendwie eine Übung so oder ist das wirklich wahr? Das war recht lustig. Also war es in Südafrika in diesem Fall. Ja, also Kapstadt und nachher noch ein bisschen umgereist, genau, aber es ist schon lange her, aber eben wo ich kite, dann habe ich angefangen zu kiten und dann habe ich auch gefunden, nachher ist es vielleicht nicht perfekt, also man sagt sich schon, eben die Lagunen sind zum Teil schon gut, aber ich bin, es war immer ein bisschen schwierig mit Wind, das finde ich eh ein bisschen schwierig mit Kiten oder auch mit Surfen, mit Surfen vielleicht jetzt weniger, also Windsurfen, weisst du, wenn du so viele Elemente brauchst, also wenn der Wind muss stimmen, es muss, es muss, es muss, es muss mit Wetter, Temperatur und so, du und ich noch gerne Stand-Up-Paddeln auf dem Halbwilersee, da weiss ich genau, die kann ich. Aber ich liebe im Fall auch Stand-Up-Paddeln, da weisst du das Handwort genau richtig aufkommen. Ja, das glaube ich. Mega schön in den ganzen Kanal auch machen. Machen sie das jetzt? Weil ich habe mir überlegt, ob man das jetzt machen soll oder eher nicht. Also es kommen immer mal wieder irgendwelche Fotos von der Seite, von Leuten, die es machen. Ich glaube halt echt, dass die Verleihen nicht offen haben, aber wenn du selber so ein Wort hast, kannst du für das Problemlos machen. Also mit Abstand kannst du ja gleich auch einhalten. Das ist eine gute Idee. Der Dodo hat gestern geschaut, ich soll dich fragen, was du möchtest, was ein gutes Talent ist von dir oder etwas Spezielles. Er sagt so, die Good Vibes, die er rausgeben kann, den Leuten mit seinem Donnerstag, den er macht. Und was du da hättest oder was du das Gefühl hast, was etwas ist, was du auch entdeckt hast jetzt in der Zeit, wo man so viel mit sich alleine schaut, genau. Ich habe gemerkt, dass ich eine sehr resiliente Person bin. Also dass ich sehr viel, ja sehr so Verstandhaftigkeit in mir drin habe und auch sehr gut einfach mit mir alleine selber klarkommen und nicht irgendwie Panik ausbrechen. Also ich habe sehr wenig eigentlich so negative Gedanken. Und kann dir das auch irgendwie für Freunde da sein, was weniger gut geht oder wo irgendwie alleine wohnen und ja, dann kriege ich die Hilfe auf den Kopf und merke, wie das das mir nicht so viel macht. Megaschön, also auch etwas total Wertvolles. Was hast du das Gefühl, woher kommt das? Ich glaube, das hat einfach so ein bisschen mit meiner ganzen Vergangenheit Geschichte anzutun, weil ich gerade diverse Krankheitsfälle in meiner Familie eine Geschichte hatte und ich wieder das wie gelernt habe, so Tag für Tag zu nehmen, also dass man nicht zu weit vorausschaut, weil man kann wie eh nichts beeinflussen. Und gut, jetzt bei dem Corona, also gut, so am Anfang vom Tag heisst, hat man ja gedacht, Jesus Gott, wie lange geht das jetzt echt? Aber dann habe ich recht schnell das Mindset wieder so adaptiert von wegen, ja eben, es ist einfach, heute ist heute und morgen ist morgen und plötzlich kann es ja gleich wieder schnell gehen, dass sich die Massnahmen auch wieder aufheben, dass es weniger hoffentlich Tote gibt und sich das alles wieder normalisiert. Ja, aber das finde ich, also das Tag für Tag, das finde ich auch, das ist schön. Also für mich gibt es keinen anderen Schlüssel für die aktuelle Situation. Ein bisschen vorausplanen, also gerade wenn du natürlich schaffst jetzt im Radio, aber wirklich nur auf das und sonst so einfach, du, es ist, also es kann eh niemand so genau voraussagen und das Beste daraus machen. Dann machst du so Yoga und so Sachen auch zu Hause und so, wenn du so vom Mindset-Direct und so, kann man vorstellen, dass du da schon, und Resilienz, sind das so die Wörter, wo vielversprechend töten und du wirkst jetzt auch so, also dass du sehr bei dir bist und das kommt ja nicht von einfach so. Ja, also ich tue manchmal Sachen für mich meditieren, aber jetzt eigentlich nicht unter Anleitung, also das reicht für mich, wenn ich irgendwie mehr und morgen einfach in 10 Minuten und 4 Stunden nehme und einfach irgendwie auf dem Balkon hocken oder einfach, ja, im Moment nicht probieren zu denken, sondern zuerst mal so ein bisschen im Tag anzukommen und sonst, Yoga mache ich ab und zu oder Pilates, ähm... Und fit bleiben. Aber ich finde, auch Velofahren, mega meditativ, also finde ich... Also es ist auch etwas, was du entdeckt hast, in dem Fall, jetzt in der Zeit, Velofahren, wieder für mich. Was ich wiederentdeckt habe, ja, also wie früher sehr viel, wo ich in der Schweiz noch gelebt habe, halt sehr viel auch Mountainbiken, sehr viel auch Wandtriff bergen gehen und das ist auch etwas, was ich sehr vermisse. Aber ich habe es halt auch gleich angefangen, eben jetzt hier wieder Velofahren zu gehen. Jetzt ist es zwar nicht so hügelig. Da habe ich umgeschrieben, es sind so 20 Meter. Machst du einfach ein bisschen länger. Ja, und du hast Strupe gegen Wind, das habe ich... Ach, ist auch noch. Okay. Wenn du im Fitnessstudio irgendwie auf dem Velofahren hockst und dann stellst du dir wieder Stamm irgendwie auf. Aber das ist doch gut, dann bleibst du schön fit, also von dem. Und wie ist es, gibt es denn so die Tagträume oder auch in der Nacht, dass du so träumst von, ich weiss, du wirst wahnsinnig gerne mal auf der Hauptbühne vom Gurten spielen oder einfach auch sonst, wo du jetzt vielleicht deine Musikerinnen-Träume in der Nacht oder in den Tagträumen weiterspinnst, oder wie ist das? Das ist ja jetzt im Moment schon ein bisschen auf Eis geleitet. Ja, aber das ist irgendwie so. Also ich lebe wirklich sehr im Moment. Also ich mache, also ich habe jetzt einfach wieder viel neue Songs. Über die Zeit, über die Corona-Zeit, oder über... Nein, nicht mal unbedingt. Also ich habe halt sowieso sehr viele Songideen, die es schon gibt, sehr viele so Snippets. Und zum Teil auch schon halt fertige Songs, die ich jetzt einfach dran schaffe. Und ja, je nachdem, was ich gefühle, weiter produzieren. Und ich habe jetzt auch noch so ein paar Kollaborationsanfragen bekommen. Und da habe ich gefunden, dass ich jetzt auch mal ausprobieren kann. Ich habe mich vorher auch noch nie darauf eingeladen, weil es auch nicht hundertprozentig gestimmt hat. Aber ja, ich habe mich da gerade etwas ausgedrückt. Und so Livestream und so Sachen machst du auch? Oder ist das... Nein, ich habe mich entweder nicht so untertypt dafür, irgendwie. Einfach, weil meine Musik auch sehr elektronisch ist. Und ich bin einfach auch die schlechteste Instrumentalistin in meiner Band. Also das ist einfach auch in anderen wesentlich besser. Ich könnte jetzt gar nicht mehr selber mit einer Akustikgitarre herhören. Also die Instrumente, die ich spiele, auch alle selber beigebracht habe. Und ja, das wäre auch irgendwie viel zu grosser Aufwand, dann immer die ganze Band zusammen zu... Ja, ja. Vor allem, wenn es mehr als zwei sind. Ja, dazu kommt noch der Aspekt, dass ich wie auch finde, dass es das schon fast ein bisschen im Öbertrost gibt mittlerweile. Weisst du, wie es mir schon geht? Ja, das ist der Aspekt. Und der andere, den habe ich gestern schon angesprochen. Beim Dodo ist es halt schon auch so, dass Musik immer noch mehr gratis wird. Das ist schon einfach gefährlich, oder? Also das ist für mich auch... Aber klar, es kann sich wirklich sein, dass man dann mehr Lust hat, die Bands wieder live zu schauen. Und ich habe jetzt heute im .ch, rede ich noch mit der Veronika Fusare, ich weiss nicht, ob du sie kennst, Musikerin Nostun. Und sie macht jetzt dort mit, es ist so ein Band Robbenländer, Bierbrauer, Bierbrauerei, wo seit drei Wochen immer am Mittag oder am Donnerstag eine Schweizer Musikerin spielt. Und dann in der Zeit, alle Leute, die in der Zeit irgendwie Produkte bestellen, von denen gibt es 30% an Künstler. Und das gibt es im Schnitt immer so etwa ein Tausiger. Das finde ich eigentlich noch so etwas, wenn sich so Branchen, gerade der Bierbranche geht es ja auch nicht besonders gut, mit der ganzen Gastronomie, die ausfällt. Und Musiker so verbindet, das finde ich eigentlich noch... Also ich glaube, es gibt ganz viele spannende Geschichten, die es da gibt, aber ich muss sich schon gut überlegen, was macht man und was bietet man auch? Ja, das stimmt. Es gibt ja viele schöne Ideen und bei mir ist es tatsächlich so, dass die Anfragen für Livestreams, die ich bekommen habe, eben so ist es gewesen, ja, es gibt nichts dafür und es wäre zum Teil noch ein Riesenaufwand gewesen, also dass wir zum Teil noch in so eine Halle müssen fahren, und sich dann dann aufstellen und ich dann meinen Musikern auch nichts bezahlen kann, weil ich dafür nichts bekomme. Aber wenn du dir dann irgendwie auch Entschädigungen hast, finde ich es irgendwie auch nicht fair. Ja, aber eben, das finde ich zum Beispiel auch eine schöne Idee, wenn man jetzt auch eine Unternehmen damit kann, auch sich gegenseitig unterstützen kann. Das ist auch nicht eine schlechte Sache, natürlich. Ich rede heute auch noch mit dem Trummer, Christoph Trummer, der im Vorstand ist vom Verein Schweizer Musikschaffenden, wo eben, ich meine, das ist definitiv ein Thema, oder? Wo man sich halt auch einerseits als Zuschauer, als Geniesser von der Musik wirklich halt bewusst sein, aber auch als Musikerin, Musiker selber, oder? Was hat die Auswirkungen und was man will? Und ja, dass man einfach nicht alles immer nur gratis geben kann, so ein bisschen der Ding. Wobei du ja sicher Musik aus totaler Leidenschaft machst, was nichts mit dem anderen zu tun hat, oder? Oder wieso machst du das? Du Musik, ist das ein Ventil für dich? Oder ist das etwas, was du einfach musst machen? Oder wie ist das zu dir gekommen? Also, was ich muss machen? Ich finde das auch, ich bin glaube ein Mensch, ich habe sehr viele verschiedene Interessen, und ich könnte, glaube ich, recht viele verschiedene Sachen machen, aber wenn ich mich wie so etwas einschliessen soll, oder ja, für mich ist, ich habe schon seit Kind immer eine Musik gemacht, viel gesungen, und das ist schon für mich ein natürliches Ventil irgendwie. Also, es ist, glaube ich, die Kunstform, wo ich mich wie im Natürlichsten darüber ausdrücken kann, und da zum Beispiel beim Songwriting, also, da sehe ich eigentlich fast immer autobiografische Texte, schreibe, aber ich komme fast immer über Sachen, wo ich eben sonst anders gar nicht kann, ich könnte nicht darüber reden, oder so. Und mich so beschäftigt, dass ich es wie nachher nur über die Musik kann, ich kann sie rauslassen, und, ja, darum ist es für mich klar gewesen, dass ich das auch ein bisschen später ein bisschen ernster muss nehmen, ja, aber wer weiß, also, ich bin eben auch so sehr im Moment, dass ich immer bin, gar nicht, weil sie in zwei Jahren keine Bock mehr haben. Schön. ist es sehr schwierig. Ich koche sehr gerne, aber ob ich das jetzt hauptberuflich möchte machen, ist die andere Frage, aber das wäre ein Kind schlecht. Aber es ist ja gut, wenn du jetzt in der jetzigen Zeit gerne kochst, das ist ja sicher ein Vorteil, ich glaube, da sind ganz viele so ein bisschen noch ein bisschen am sich verbessern, im Moment, inklusive ich. Ich koche einfach viel mehr. Ich lehre so ständig irgendwie neue Rezepte dazu und ich finde, das ist eben auch so etwas Meditatives, irgendwie, es ist so entschleunigend und das finde ich in dieser Zeit jetzt auch so schön, dass man sich mehr Zeit nimmt für Sachen, wie aber zum Beispiel, wenn man schon irgendwie mega Stress hatte, schnell etwas kochen, weil man dann wieder aus dem Haus wollte und einfach vorher auch schon keine Zeit hatte, dann überlegt man sich jetzt viel krasser, auch schon, weil du irgendwie weniger gehst einkaufen und dann machst du ein Wochenbass. Ja, oder Kantinen, Restaurants zu sind, genau und dann finde ich auch noch spannend. Im Moment hat man so weiss, also ich habe mal auch den Ehrgeiz, jetzt nicht einfach die 10 Menü, die ich so schön immer mache, sondern einfach mal, jetzt ist der Moment, weil ich finde ja, hey, wenn es in die Hose geht, komm, easy, das ist ja nichts, also, ist voll okay, man hat ja Zeit und koche halt nochmal etwas, irgendwie so, oder? Und das finde ich schon auch noch, finde ich etwas Spannendes, wirklich. Und Bachen, du hast dann auch? Ja, halt zum Brot, aber ich muss sagen, im Bachen bin ich ein bisschen schlechter als im Kochen. Ich weiss nicht, weil beim Bachen muss man sich auch immer sehr genau meistens alle Rezepte halten, oder zum Beispiel nicht das immer zu Gefühl. Und ich bin dann manchmal so ein paar Sachen ein bisschen Handlenker machen und dann ist es eben, also, einmal habe ich so ein Brot gemacht mit so Giasamen und dann einfach zu viel Giasamen oder andere Sachen zu wenig und dann ist das einfach so, es ist wirklich einfach eine Stelle gewesen. ein Kollege von mir ist Bäckerin, gelehrte Bäckkonditorin und hat mich gesagt, das ist das, was immer so nervt, dass so Hobbybäckerinnen wie jetzt zum Beispiel ich das Gefühl, ich habe es noch ein bisschen für feineres Rezept und eigentlich gibt es genau Gründe, warum es genau, ich bin ja so, ich finde es, es ist da noch ein bisschen da und es ist sicher dann noch ein bisschen, komm, ich nehme lieber noch ein bisschen weniger von dem, vielleicht ein bisschen mehr von dem, ja, aber eigentlich ist es ja klar, es gibt Gründe. Was ich spannend finde, ist, dass Boy, Sonja und Valeska das sind ja auch mal Best Talent gewesen wie uns und die haben dich ein Stück weit inspiriert oder zumindest auf Hamburg gebracht, oder? Ja. Ein bisschen mitschuldig, inwiefern? Insofern, dass ich einen Artikel gelesen über See, also in der Schweiz irgendwie und dort eben drin gestanden ist, dass sich die im Hamburger Popkurs haben gelernt können und nachher hat mich das einfach irgendwie wunderschauen, was das ist und hat das irgendwie gegoogelt und nachher sind ein paar Klicks weiter habe ich mich dort einfach beworben, also man hat sich dort bewerben können, es war irgendwie Ende Dezember und die Deadline war Ende Dezember und es ist so ein Kurs, das zwei Mal drei Wochen geht, das findet jeden Tag statt. Es ist irgendwie drei Wochen im März und drei Wochen glaube ich im August und dort werden so 60 Musiker schlussendlich in die Top geworfen, irgendwie aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, also ich weiss gar nicht, in allen Ländern kann man sich auch bewerben, aber man kennt es jeden Fall nicht und dann kannst du einfach dort ausprobieren und ja, ich habe einfach meine Musik immer noch ein bisschen für mich gemacht und dann habe ich gefragt, warum nicht, vielleicht finde ich ja dort plötzlich für die Leute, die das mega cool finden und dann wurde aufgenommen zum Glück und das hat ja, den ganzen Weg von mir schon recht verändert, ich habe dann tatsächlich Leute gefunden, die das mega cool ist, dass meine Leute auch so ganz unschillig und unangsehbar sind manchmal, was passiert und es ist vorher etwas gewesen, was ich sehr dran zweifelt habe, nicht, weil es überhaupt irgendjemand nicht lohnt hat. wo du sicher Tipps bekommst, dass du mehr so ein bisschen straight sein soll oder nicht, also ich denke dass man sofort weiss, also nicht, also kann man es vorstellen. Ja, das ist irgendwie alles cool, aber mach das doch mehr auf Deutsch oder Leute, die gefunden haben, ja das ist geil, aber es muss voll popig sein oder auch die anderen Schienen, das ist super, aber das musst du einfach, du musst das nur DJ-mässig machen, nur elektronisch und so funktioniert es aber es ist so schwierig irgendwie, wenn man eben wie etwas eigentlich eben so, ja aus Leidenschaft macht und dann wie auch weiss, klar es ist ein Business, aber die, ich sage jetzt auch nicht so hart für das wird es vorgegeben, weil es manchmal die Freude daran nimmt. Ich glaube, das ist eine der grössten Herausforderungen, gerade in der Phase, in der du bist, dich nicht selber zu verlieren, ich meine, der Marius Bär, der auch schon Best Talent war, er hat ja mal ein ganzes Album geküppelt, weil es am Schluss einfach nicht das war, wo er wollte und so alt und drauf ist er nachher Best Talent geworden und es hat sich mega gelohnt. Ich glaube, dort ist es schon extrem wichtig, dass man wach ist und gespürt, was für einen der richtige Weg ist. Du bist ja dann einmal in der Schienenin, dann wirst du gross oder bist mit der Musik und dann kannst du irgendwie so schlecht wieder zurück also habe ich so das Gefühl. Ja, das denke ich auch. Jetzt ist mir noch ein bisschen gekommen, jemand hat mir noch mal gesagt, ja das ist super, aber wir sollten das so ein bisschen aufziehen wie Ellie Golding und dann bin ich dann also gewesen, nein, also ist das sicher nicht irgendwie meine Röcke so zu vorderst herren und singen einfach nur und interpretieren irgendwelche Lieder, die ich glaube nicht selber in der Produktion und im Songwriting im Prozess beteiligt sind. Das ist ja fast nach Verbrechen. Das war die Vorstellung irgendwie für mich. Und wie ist es du, was ja zum Glück auch grosse Diskussion immer wieder ist, ist Musikerin, was es zu wenig gibt, also vor allem durch Instrumentalistinnen aber auch Sängerinnen. Hast du das Gefühl, es war bis jetzt ein Nachteil für dich, dass du eine Frau bist und nicht ein Mann? Dass du eine Frau bist, dass du eine Sängerin bist, also eine Musikerin, Musikproduzentin? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich habe immer wieder schon so Situationen erlebt, wo man wie merkt, dass man als Musikerin noch immer durch ein bisschen nicht ganz ernst genommen wird. Also ja zum Beispiel, wenn man irgendwie irgendwie in Hamburg so Support gespielt für eine Band, ich habe allein dort hergegangen mit meinem ganzen Equipment und dann ist der Mann vom Haus irgendwie gekommen und hat einfach gedacht, dass ich vor Booking-Agentur bin und ich so, nein, spiele jetzt da hier und dann hat mich irgendwie auch der Tontechniker einfach so überhaupt nicht ernst genommen und dann habe ich dann aber einfach auch, ja dann also du musst eigentlich wie so anderen Umgang finden im Tonfall fest, weil man einfach auch als Frau magisch, ich weiss nicht. Dass es glaubwürdiger wird? Ja, einfach auch ein bisschen selbstbewusster oder ja, als man eigentlich vielleicht sogar ist, weniger empathisch, vielleicht sogar ein bisschen weniger nett, sondern also nicht, dass man jetzt ansprach oder so muss sein, aber dass man einfach ein bisschen tougher noch immer durch muss sein, weil es gibt immer wieder solche Momente, wo dann irgendwie Leute denken, ah ja, also ich denke, sie singt ein bisschen, also ich zum Beispiel beim Soundcheck dann einfach mit ihrer ganzen Band umgehalten und dann aber ich hab so Fragen, ja, was braucht das ich noch? Und ich hab so gedacht, das ist so respektlos. Ja, ja. Wow, eine Frage. Ich habe wieder eine Musik gekriegt, ich freue mich sehr auf Martina Lin, ich weiss nicht, kennst du sie, kennst du ihre Musik? Ich habe so ein, zwei Lieder schon mal von ihr gehört, irgendwie im Radio. Was hättest du für eine Frage, die ich ihr weitergeben könnte, von dir? Ich würde sehr gerne fragen, ob sie jetzt beeinflussen wird von Corona in ihrem Songwriting Prozess, also ob sie jetzt irgendwie ein anderes Alisa herangeht und für andere Instrumente dazu zieht oder eben irgendwie auch selber produzieren kann oder so. Du hast ja gesagt, du machst nicht unbedingt Corona-Songs im Moment, gehst du anders hin, also jetzt auf dich bezogene Frage, ist eine andere Art, wie du Musik schreibst? Ähm, das ist auch eine gute Frage. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich bin einfach ein Mensch, ich kann eigentlich schlecht irgendwie sagen, heute schreibe ich einen Song, ich sitze jetzt und mache einen Song. Das funktioniert bei mir gar nicht, das stellt bei mir irgendwie alles ab. Darum bin ich zum Beispiel auch nicht ein Mensch, der in so Songwriting-Camps oder so könnte gehen. Ich habe das irgendwie einmal gemacht und es sehr anstrengend gefunden. Also einfach, weil auf Punkt jetzt musst du schreiben, also das geht nicht. Es muss zu dir kommen oder wie meinst du es gar nicht? Ja, manchmal schicke ich die Fühne her. Das ist zum Beispiel bei Kings and Kings so gewesen, da habe ich wie ein Gefühl oder wie eine Idee und habe auch einfach Lust, etwas zu machen und dann habe ich innerhalb von einer halben Stunde irgendwie auch das ganze Grundgerüst von diesem Song mit dem Text schon fast eigentlich den Finaltext auch gehabt. Also manchmal gibt es bei mir es kommt immer in so Schöp oder in so Läu. Es ist echt selten eben, dass irgendwie ja, ich weiss nicht, vielleicht müsste ich mich auch mehr dazu zwingen und diszipliniert sich sein. Es gibt viele auch sagen, dass es halt Schuss ist, wenn du mal hinsetzt, also das ist ja immer ein schwieriger Prozess, oder? Dann hast du ein leeres Blatt und dann hast du noch nichts und dann sagst du eigentlich, aber ich, also ich kann manchmal auch, wenn ich muss kreativ sein, denke ich auch, nein, jetzt kommt mir nichts ins Leben, aber wenn du wirklich mal an den Sitz bist, es ist einfach so, es ist so, das andere ist so romantisch, oder? Der Song kommt einfach und wenn du dann gehörst, ja, der sitzt am Morgen und macht dich an und schreibt den Song, es verliert so viel eigentlich. Aber es ist natürlich ein Stockwit ja schon auch ein Handwerk, oder? Klar, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch spannend, also eben, irgendwie das einfach mal auszuprobieren und sich vielleicht selber auch mal rauszufragen. Ja, vielleicht gibst du mir wieder Ansporn dazu, dass ich jetzt den Pech doch mal mache. Ja, also, ich meine, hey, ich freue mich sehr auf das Set, das von dir kommt. Wir dürfen das, soviel ich weiss, nächste Woche mal austrahlen, in .ch und es kommt dann sicher auch online. Was wünschst du dir noch, sagen wir es gerade jetzt von uns als SRF3, als Radio, wir, die sagen, wir schreiben uns ja fest auf die Fahne, dass wir die Best-Talents sehr unterstützen und so ein bisschen auf ein Podest in Scheinwerf vielleicht stellen. Was ist etwas, was du dir noch wünschen von einem Partner wie jetzt uns in dem Monat, wo du Best-Talent bist? Also, ich muss sagen, dass ich schon mega glücklich bin, einfach überhaupt für die Möglichkeit, dass ihr mich so krass supportet und so viel spielt und ja, einfach der Austausch mit euch ist immer mega schön und super angenehm und alle cool und ich habe keine Ahnung, also, ich habe gar nicht mehr dazu zu sagen, ich bin mega happy darüber und ja. Ja, wir hoffen, dass wir wieder schon gleich, ganz viele Live-Konzerte können erzählen, wo du von und wie spielst, dass das gleich wieder möglich ist, genau weiss niemand, aber wie du sagst, ich glaube, es ist wirklich ein gutes, auch eigentlich ein Lebensmotto, ihren Tag zu nehmen, wie er kommt, im Moment sowieso, oder? Ja, genau, sonst macht man es einfach nur wahnsinnig und droht sich ja eine Energie, wo man in irgendwelche Sachen investieren kann, wie zum Beispiel Velocahler. oder einen Song schreiben, Musik schreiben. Hey, danke vielmals, ich habe am siebni.ch Schweizer Musik 100%, das ist eben die Sendung, wo du auch viel stattfindest, also nicht den ganzen Tag, aber auch dort werden wir speziell Schweizer Musik und ja, geniessen Sie in Hamburg, habt ihr Sorgen, bleibt gesund, danke vielmals, Ayo. Merci, das kann ich alles nochmal zurückgeben, merci vielmals. Danke vielmals, merci, Ayo. Tschüss. Ciao. Tschüss.